Hey meine Jungfrau Herzlich Willkommen zu Hey Dane Und Ja Nehmen wir mal Abpflanzen Wie es sich gehört Abpflanzen 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 Dann Ja Was ist das? Du hast mich gerettet Dam Alle einsam So Ja Nix Also Nix Nix Nimm ich nicht hört Anstellt euch auf laut So 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 Das ist jetzt die Frage So Ich war bei dem Training Ich hab mich verlässt Ja Deswegen Ich mach die Suche nach Speck hier Suche nach Ich wusste Können wir mal unser Glück auf Glücks Mal gucken was wir da bekommen Was ist das? Wer noch einmal? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ja Was ist das? Ja, ich sollte vergessen, anzupflanzen. So, zum Ones macht das ab. Das wollen wir gleich neu machen. So, dann können wir das hier machen, wo gleich alles gemacht wird. Ich hab' die vergessen. Levelgrenze erreicht. Jetzt haben wir noch Schweine. Ich hab' gerne sammeln mit Speckispeck. Jetzt können wir jetzt mal fordern. Okay. Okay. Ich hab' die Tarte. Ich hab' die Tarte. Okay. Okay. Ich hab' die Tarte. und das jetzt mal so 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 Also wir sind schon wieder auf einen sehr guten Weg. Ja, vielleicht kann ich auch noch neu anbauen. Wo ist mir ein bisschen Platz, damit ich die Filter anbauen kann. So haben wir wieder schon wieder Platz. Okay. Okay. Okay, dann kommt die mehr. So werden wir das noch anbieten. Okay. So werden sie meist ausgewachsen. Okay. So haben wir mal das hier gekauft. So. Jetzt werden wir uns noch eine zweite Seite bekommen. Und dann sind wir schneller auf dem Weg. Also. Da kommt wieder einer. Ach, es wird. Ja. 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 Ja.